Das ist Lena. Lena hat einen Hund namens Bobby und die beiden haben zusammen jede Menge Spaß. Doch dann fing Bobby an, an der Leine zu ziehen, lief weg, wenn die Leine ab war und fing an, Hasen und andere Tiere zu jagen. Wenn Lena Bobby rief, ignorierte er das einfach und kam nicht zurück. Lena kaufte sich zahlreiche Hundebücher und fing an, mit Bobby zu üben. Doch oft fehlte Lena die Veranschaulichung der Übungen und vieles klappte einfach nicht. Dann wandte Lena sich an einen professionellen Hundetrainer, der ihr bei den Übungen und Problemen mit Bobby half. Und Bobby machte große Fortschritte. Doch jede Stunde mit dem Hundetrainer kostete viel Geld und schnell merkte Lena, dass sie sich das einfach auf Dauer nicht leisten kann. Lena suchte dann im Internet nach Möglichkeiten, die Probleme mit Bobby zu lösen. Und fand einen Online-Videokurs zur Hundeerziehung, in dem alles mit ausführlichen Erklärungen beschrieben ist. Und das Beste, alle Übungen werden in Videos genau gezeigt und vorgemacht. Schnell lernte Bobby nicht mehr an der Leine zu ziehen, lief nicht mehr weg, wenn die Leine ab war und hörte auf, damit Hasen und andere Tiere zu jagen. Und wenn mal was unklar ist, schaut Lena sich einfach nochmal die Videos an. Und das Beste ist, Lena findet immer wieder neue Videolektionen und so wird es auch nie langweilig mit ihrem Bobby. Untertitelung des ZDF für funk, 2017